Mein Sohn Flint Lockwood hat schon immer gern Sachen erfunden. Cheeseburger! Manchmal waren seine Erfindungen großartig. Und manchmal... Naja, nicht so toll. Hilfe! Hilfe! Wir mussten Affenfels verlassen, damit ordentlich geputzt werden konnte. Aber als wir zurückkamen... Achtung! Achtung! ...hatten sie einen folgenschweren Rest vergessen. Uuuuh! 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 Das glaube ich jetzt nicht, dass meine Maschine das alles gemacht hat. Sind das Schrimmkranche? Guck mal, Moskitos! Die Qualwitsche sehen aber lecker aus! Hunger! Da kommen einem erwachsenen Mann ja gleich die Tränen. Aber nicht diesem Mann! Mach, dass du wieder reinkommst, Träne! In diesem Jahr... Hast du was gehört? Psst! Psst! Was war das? Darko-Deal Supreme! Die Welt retten! Das Boot laucht! Ist kein Zuckerschlecken! Wir müssen die Maschine abschalten, bevor die Nachttiere die Insel verlassen und das Festland erobern. Dazu müssen wir nur den Frühstückssumpf überqueren, den Fresstierdschungel bezwingen und das Zuckergussgebirge erklimmen. Wird schwer! Pustekuchen! Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 Oh, wie süß! Pass das nicht an! Lass es fallen! Ein Zuckerschlecken! So! Echt jetzt? Oh, was? Oh! Oh, was ist denn? Oh! Oh! Oh!